Hallo liebe Zuschauer, guckt euch mal nur an, wie lieb meine Frau zu mir ist. Sie hat mir sogar Proviant mitgegeben, falls die Aufnahme doch zu lange dauern wird. Nachdem ich mich heute wahrscheinlich wieder köstlich aufregen kann, tröstet mich, dass etwas Schönes doch auf mich wartet. Mein neuer Lieblingsarzt, der immer ganzheitlich arbeitende Karl Hartner, der auf YouTube auf dem Kanal Karmanander ganzheitlich zu finden ist, hat uns neulich mehrere Videos über Corona und angebliche Auswirkungen der Impfung geliefert. Die Videos waren nur ein paar Tage lang online, aber in dieser Zeit hat er es geschafft, neue Unsicherheiten zu verbreiten. Die Videos sind inzwischen privat gestellt und auch mit dem Link nicht mehr aufrufbar. Ich habe sie aber natürlich gleich nach der Veröffentlichung gespeichert. Als erstes schauen wir uns das Video mit dem Titel Hormonprobleme, Spike-Proteine, Long-Covid an. Mein Name ist Karl Hartner, ich bin Arzt niedergelassen in eigener Praxis. Ich darf vorab mal hier etwas vorlesen. Ich habe diese Internetseite unten verlinkt, da könnt ihr gerne draufgehen in der Videobeschreibung. James Thorpe ist 68 Jahre alt, Gynäkologe, Das muss aber ein wahrer Superheld sein. Er behandelt pro Jahr 60.000 bis 70.000 Risikopatienten. Wenn er im Monat 20 Tage arbeitet und keinen Urlaub nimmt, sind das 240 Arbeitstage im Jahr. Und wenn er täglich 8 Stunden arbeitet, würde er 1920 Stunden, also 115.200 Minuten im Jahr arbeiten. Bei 60.000 Patientinnen würden also 1,92 Minuten pro Patient üblich bleiben. Risikopatientinnen brauchen ja bekannterweise nicht mehr als 2 Minuten Zeit. Wenn er sich nur 5 Minuten für jeden Patienten nehmen würde, müsste er 208,3 Tage ohne Pause, das heißt nicht eine einzige Sekunde Pause, durcharbeiten. Sehr realistisch. Ich habe mir die Webseite angeguckt und dort steht übrigens 6.000 bis 7.000. Auch das ist ziemlich unrealistisch. Wie viel Prozent der Patientinnen sind Risikopatienten bei ihm? Oder behandelt er ausschließlich Risikopatientinnen? Wie groß ist wohl sein Einzugsgebiet? James Torp zu zitieren ist nicht besonders schlau. Der Mann wurde schon so oft debunkt, ich kann das gar nicht mehr zählen. Er hat seine wilde Thesen auf Telegram, Epoch Times und Daily Cloud verbreitet. Eine wissenschaftlich aussehende Publikation, die er veröffentlichen wollte, überlebte das Peer-Review-Verfahren nicht und das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Er wollte aus Versmeldungen, also meistens freiwilligen Selbstmeldungen von Laien, weitgehende Konsequenzen ableiten und das alleine ist unseriös. Er veröffentlichte Hanebücherne Zahlen zu allen möglichen Nebenwirkungen. Er sagte zum Beispiel, dass die Fehlgeburtrate um das 50-fache Blutungen aus dem Gebärmutter um das 1000-fache häufiger vorkommen würden. Das ist Wahnsinn, sowas müsste eigentlich jedem auffallen. Wie könnte man aber diese Behauptungen mit ganz einfachen Methoden widerlegen? Es gibt zahlreiche Studien, die immer wieder bewiesen haben, dass die Impfungen keinen negativen Einfluss auf Schwangerschaften haben. Diese große, retrospektive Kohortenstudie im Lancet fand, geimpfte Schwangere hatten während der Schwangerschaft niedrigere Covid-19-Raten verglichen mit ungeimpften Personen. Die Covid-19-Raten waren sogar niedriger bei Personen mit Booster-Impfung im Vergleich zu geimpften, ungeboosterten Personen. Geimpfte Personen hatten auch ein geringeres Risiko für eine Frühgeburt, Stillgeburt oder sehr niedriges Geburtsgewicht des Neugeborenen im Vergleich zu ungeimpften Personen. Personen mit Booster-Impfung hatten ein geringeres Risiko für eine Stillgeburt und zeigten keine Unterschiede in den Daten von Frühgeburten oder sehr niedrigen Geburtsgewicht der Neugeborenen im Vergleich zu geimpften, ungeboosterten Personen. Die Studie erfasste Daten von mehr als 106.000 Schwangerschaften und Geburten. Diese andere Studie untersuchte ein bisschen mehr als 140.000 Fälle und kam auf dieselben Ergebnisse. In dieser Kohortenstudie mit 142.006 Lebendgeburten in Ontario, Kanada wurde festgestellt, dass eine mütterliche mRNA-Covid-19-Impfung während der Schwangerschaft mit einem geringeren Risiko für schwere Neugeborenmobilität, Neugeborentod und Aufnahme in die neonatologische Intensivstation verbunden war, ohne dass es zu einer Zunahme von Wiederaufnahmen von Neugeborenen oder Krankheitsaufenthalten bis zum Alter von 6 Monaten kam, verglichen mit keiner mütterlichen Covid-19-Impfung vor der Entbindung. Natürlich wurde auch im Nature einiges zu diesem Thema veröffentlicht. Die Sicherheit und Wirksamkeit von Covid-19-Impfstoffen während der Schwangerschaft ist ein besonderes Anliegen, das die Impfbereitschaft dieser vulnerablen Gruppe beeinflusst. In dieser Untersuchung haben wir Beweise aus 23 Studien bewertet, die 117.552 geimpfte Schwangere umfassen, fast ausschließlich mit mRNA-Impfstoffen. Es wurde gezeigt, dass die Wirksamkeit der mRNA-Impfung gegen RT-PCR bestätigte SARS-CoV-2-Infektion sieben Tage nach der zweiten Dosis fast 90% betrug und das Risiko einer Stillgeburt war in der geimpften Kohorte um 15% signifikant niedriger. Es gab keine Hinweise auf ein höheres Risiko für negative Auswirkungen, einschließlich Fehlgeburt, frühere Geburt, Plazentaablösung, Lungenembolie, postpartale Blutung, mütterlichen Tod oder Aufnahme in die Intensivstation, niedrigeren Geburtsgewicht oder auch Aufnahme in die neonatologische Intensivstation. Die Covid-19 mRNA-Impfung in der Schwangerschaft scheint sicher zu sein und ist mit einer Reduktion der Stillgeburtenrate verbunden. Man könnte diese Liste noch lange fortführen. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, zeigt sich ein sehr eindeutiges Bild. Die besten Informationsquellen, die größten Studien in den höchstrangigen Fachjournalen sind alle der Meinung, dass die Impfung für Schwangere nicht nur nicht schädlich, sondern eindeutig gut ist. Wie kann das sein? Sind die alle Teil einer weltweiten Verschwörung? Das wäre die einzig mögliche Erklärung, nicht wahr? Äh, ja, ja. Wir könnten aber noch angucken, was uns die Statistiken zur Geburtenrate und Stillgeburten zeigen. Man sieht, dass die Geburtenrate keine wesentlichen Abweichungen zu den Vorjahren zeigt. Diese leichte Absenkung kann durch unterschiedliche Faktoren zustande kommen. In den aktuellen unsicheren Zeiten von Pandemie, Krieg und drohender Rezession ist es ziemlich normal, dass weniger Kinder geplant werden. Um ein besseres Bild zu bekommen, sollten wir uns die gemeldeten perinatalen Todesfälle angucken. Die Zahlen sind so eindeutig, dass wir uns nicht mal die Mühe machen müssen, Geimpfte und Ungeimpfte zu trennen, wobei wir wissen, dass eine Corona-Infektion mit einer erhöhten perinatalen Mortalität assoziiert ist und wenn wir nicht klar differenzieren, werden wir fälschlicherweise zu viele Todesfälle mit der Impfung assoziieren. Aber auch das spielt hier keine Rolle. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Das Statistische Landesamt aus Baden-Württemberg hat die Zahlen schön zusammengefasst und wir sehen, dass nichts zu sehen ist. Die Anzahl an Stillgeburten ist nicht erhöht. Wenn ihr hohe Werte sehen wollt, müsst ihr bis 1950, 1960 zurück scrollen. Das waren gruselige Zahlen. Auch die bundesweiten Zahlen zeigen nichts anderes. Ein ganz leichter Anstieg, der aber noch im Rahmen der statistischen Variabilität zu werten ist, zeigte sich bereits vor der Pandemie. Wenn die horroristischen Erzählungen von Torp und Co. stimmen würden, müssten wir hier einen sprunghaften Anstieg sehen. Aber das sehen wir eben nicht. Egal wo man sucht, egal welche Daten und Statistiken man sich anschaut, diese zeigen immer dasselbe Bild. Keine Probleme bei Schwangeren. Diese Lügen, die wir gerade vom Kollegen gehört haben, werden ausschließlich auf Telegram, Epoch Times und diversen anderen Verschwörungskanälen verbreitet. Und jetzt dürfen wir das Ganze nochmal vom ausschließlich ganzheitlich arbeitenden Mediziner Karl Hartner hören. Wir haben nur der 60.000 bis 70.000 schwangere Risikopatientinnen, also Risikopatientinnen, die schwanger sind. Danke, dass Sie uns erklärt haben, was schwangere Risikopatientinnen bedeutet. Ohne sie hätten wir nie verstanden, dass das Risikopatientinnen, die schwanger sind, sein könnten. Und seit Covid-19 Spritzen, diese mRNA-Geschichten eingeführt wurden, hat er viele Fälle von fetalen Todesfällen und Fehlgeburten bei Müttern eben erlebt. Sagt er. Ja, das sagt er. Und niemand anders. Alle andere haben bereits das Gegenteil bewiesen. Würde er wohl auch davon berichten? Was wir eben sehen in der Praxis ist tatsächlich seit drei Jahren verstärkte Menstruationsprobleme bei den Frauen. Und das zeigt uns wieder schön, warum man sich nicht ausschließlich auf die eigene Erfahrung verlassen sollte. Es mag sein, dass er in seiner Praxis wirklich viele Frauen sah, die Menstruationsbeschwerden hatten. Aber es kann auch sein, dass das seine subjektive Wahrnehmung ist, da er vielleicht explizit nach solchen Beschwerden sucht. Vielleicht fragt er seine Patientin seit drei Jahren viel häufiger und viel ausführlicher nach Menstruationsbeschwerden als zuvor. Vielleicht hat sich im Dorf schon rumgesprochen, dass der Kollege zum Querdenker geworden ist und es kommt zu ihm vermehrt Patientinnen, die genau das suchen. Wir wissen das alles nicht. Was wir dagegen wissen, ist das. Laut einer Beobachtungsstudie, die fast drei Millionen schwedischer Teilnehmerinnen im Alter von 12 bis 74 Jahren umfasste, führte die Covid-19-Impfung nicht zu einer Zunahme von Krankenhausaufenthalten oder Kontakten mit medizinischem Fachpersonal aufgrund von Menstruationsveränderungen oder Blutungen bei prämenopausalen Frauen. Postmenopausale Frauen hatten in den Monaten nach ihrer Impfung im Vergleich zu ihrer Zeit ohne Impfung eher Kontakt zum Gesundheitssystem wegen vaginaler Blutungen, wobei das höchste Risiko nach der dritten Dosis bestand, obwohl die Zusammenhänge schwach waren. Diese Erkenntnisse bieten keine wesentliche Unterstützung für einen kausalen Zusammenhang zwischen der SARS-CoV-2-Impfung und Gesundheitskontakten im Zusammenhang mit Menstruations- oder Blutungsstörungen, schrieben die Forscher im BMJ. Und Menstruation, das hängt mit den Hormonen zusammen. Das sind die weiblichen Hormone, und zwar aus dem Gehirn, FSH, LH und so weiter und bis hin dann eben zum Progesteron, Östrogen und so weiter. Das ist also ganz, ganz wichtig. Ich teste das ja auch immer im Labor, diese ganzen Werte, und zwar die, die im Gehirn sind, die Hormone, die hier ausgeschüttet werden, die Steuerhormone und auch die gynäkologischen Hormone, die Steroid-Hormone. Und wir sehen hier tatsächlich, dass bei diesen Frauen, die hier Schwierigkeiten haben, ganz arge Anomalien entstehen. Wir sehen es im Labor. Da funktioniert es mit den Hormonen nicht mehr. Da fehlt aber ein ganz wichtiger logischer Schritt. Klar, dass Frauen, die irgendwelche hormonellen Probleme haben, auch Menstruationsbeschwerden haben können. Aber warum sollte man denken, dass diese Probleme auf irgendeine Weise mit der Impfung zusammenhängen? Wo ist die Verbindung? Wo ist der Beweis der Kausalität? Wir kriegen dann zum Teil massive Menstruationsprobleme oder auch Anomalien von der Dysmenorrhoe, also von der starken, schmerzenden Blutung, bis hin zur Menorragie. Das heißt also ganz unregelmäßig auch mit Zwischenblutung. Und A-Menorrhoe, also dass die Blutung ganz ausbleibt, haben wir alles schon erlebt. Das ist wirklich gewaltig. Bis hin zum spontanen Abbord eben. Es ist einfach vermehrt vorgekommen. Das sehen wir. Es ist einfach vermehrt vorgekommen. Das solltet ihr uns einfach mal glauben. Mensch. Evidenz dafür wird nicht geliefert. Ich vermisse überhaupt eine Erklärung, durch welche Mechanismen das überhaupt zustande kommen sollte. Die massive Studienanlage, die genau das Gegenteil beweist, wird natürlich nicht erwähnt und nicht widerlegt. Die einzigen Argumente sind Trust me, bro. Oder Trust Thorpe, bro. There is a code. Bros before hoes, man. Ich darf aber noch mal in den Worten von dem Dr. James Thorpe sagen. Die haben dann mal mit dem Spontanabort geschaut und haben gesehen, dass das Progesteron in den Keller runter geht. Das sollte erst passieren, kurz vor der Geburt. Weil das Progesteron, wenn es runter geht, setzen die Venen ein. Und wenn das natürlich früher passiert, dann kann es zum Spontanabort kommen. Und das ist dann wieder unter anderem unser Vegetativum, unser vegetatives, autonomes Nervensystem, was hier dann nicht mehr richtig funktioniert. Und wir wissen, dass eben Spike-Proteine zum Beispiel, aber auch natürlich Coronaviren, Influenzaviren, Herpesviren als Reaktivierungen von diesen ganzen Geschichten. Epstein-Barr, Herpes-Zoster wird reaktiviert. Das sehen wir auch immer im Labor, habe ich schon viel darüber erzählt. Greifen eben die Nerven auch an, auch das vegetative Nervensystem. Und dann haben wir diese Anomalien, diese Dysregulationen der Hormonsysteme. Oh, dann guckt euch das mal an. Da kriegen wir vielleicht doch eine Erklärung. Es war aber ziemlich schwer zu folgen. Ich fasse es also mal kurz zusammen. Spike-Proteine, Herpesviren, Coronaviren, Influenzaviren und EBV würden das vegetative Nervensystem angreifen, was wiederum zu einer Dysregulation der Hormonsysteme führen würde. Da kämen also die Menstruationsbeschwerden und Stillgeburten her. Aber stimmt das? Virusinfektionen sind dafür allgemein bekannt. die perinatale Mortalität zu erhöhen. Eine Influenza-Infektion kann das Risiko um das Fünffache erhöhen. Aber EBV? Naja, sicher nicht gut, aber erhöht dieses Virus wirklich das Risiko für ein Stillgeburt? Nicht so richtig. Sowas kommt bei dieser Infektion eher selten vor. Es gab keinen Zusammenhang zwischen dem Antikörperstatus des EBV und dem fetalen Tod. Frauen mit einer signifikanten EBV-Reaktivierung hatten eine signifikant kürzere Schwangerschaftsdauer und die damit verbundenen leichteren Babys im Vergleich zu Frauen ohne signifikante Reaktivierung. Und was ist mit Herpesviren? Ganz konkret Varizellen. Ihr wusst bestimmt, dass Herpes-Zoster auch durch das Windbrocken-Virus Varizella-Zoster hervorgerufen wird. Dieses Virus kann viele Probleme rund um die Geburt bereiten, aber Todgeburt eher nicht. Die klinischen Merkmale des kongenitalen Varizellen-Syndroms bei betroffenen Säuglingen umfassen intrauterine Wachstumsverzögerung, also Wachstumsverzögerung im Gebärmutter, narbige Hautläsionen, Augendefekte, Gliedermaßanomalien, ZNS-Anomalien, also die betreffen das zentrale Nervensystem wie kortikale Atrophie, Krampfanfälle und intellektuelle Beeinträchtigung. Nichts, was man haben möchte, das ist ganz klar. Wenn man aber krude Thesen aufstellt, müsste man doch ganz genau überlegen, ob die Aussagen präzise und korrekt sind. Ich habe eher das Gefühl, dass der Kollege uns einfach ein paar Viren hingeschmissen hat, die ihm gerade eingefallen sind und das sollte uns genügen. Das genügt uns aber eben nicht. So einfach sind wir nicht zu befriedigen. Und was Corona angeht, wir wissen ganz klar, dass eine Infektion gefährlich für die Mutter sein kann. Und auch das Risiko für eine Stillgeburt steigt etwas an. Ich würde also sagen, dass er bei zwei der genannten vier Viren recht hatte. Die Trefferrate beträgt also 50%. Das ist genauso gut wie Münze werfen. Das Kuckucksei in seiner Auflistung ist ganz klar das Spike-Protein, was ja kein Virus ist. Wie ich euch auch schon bereits ausführlich zeigte, sind die Impfungen nicht mit einer erhöhten perinatalen Mortalität assoziiert. Und dann entsteht eben so etwas. Und das ist vielen Ärzten überhaupt nicht bewusst. Warum entstehen überhaupt diese Nervengeschichten? Weil unter anderem das Endothel angegriffen wird. Das sind die Gefäße, die Intima innen in den Gefäßen, bis hin zu den Kapillaren. Da haben wir eine Minder-Durchblutung, wir haben eine Minder-Sauerstoffversorgung, wir haben eine Minder-Nährstoffversorgung. Die Zellen werden nicht richtig versorgt und gehen kaputt. Und die Nervenzellen werden hier ganz besonders angegriffen. Und dann entsteht eine Oxidation, eine Inflammation dann. Und diese Inflammation und Oxidation, die macht dann auch noch die Mitochondrien kaputt. Und dann geht die Energie im Keller. Und die Superoxidismutase, unser antioxidatives Superenzym, das geht komplett im Bach runter. Auch noch durch Glyphosat, was ja dann Mangan bildet. Mangan ist für die Superenzym. Und damit sind wir wieder beim Thema angekommen, das ich schon im ersten Video über den Herrn angesprochen habe. Er wirft alles einfach komplett durcheinander. Die Gefäße werden angegriffen, das Endothel, aber die Nerven, auch besonders stark, und dann die Mitochondrien, und der Bauer ist am Ende mit seinem Glyphosat daran schuld. Aber eigentlich kommt alles von den Spike-Proteinen. Irgendwie. Irgendwie gehört das alles zusammen. Ich weiß nur nicht wie. Und auch wenn diese Einzelteile seiner Geschichte stimmen würden, was sie nur teilweise tun, wo sind die Zusammenhänge? Wo sind die Beweise? Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, an dem man nicht mehr über die möglichen Mechanismen rätseln muss. Es sind drei Jahre vergangen. Wo sind all die Frauen, die sowas Furchtbares erlebten? Wo findet man die Statistiken, die seine Unterstellungen beweisen? Diese sucht man vergeblich, wobei sie überall sein müssten. Ja, es stimmt schon, dass Spike-Proteine nach der Impfung eine akute Entzündungsreaktion auslösen, die auch das Endothel mit einbeziehen kann. Aber diese Reaktionen führen nicht zu bleibenden Schäden. Unsere Studie zeigt, dass der mRNA-Impfstoff einen deutlichen Anstieg der Entzündungsmarker verursacht, insbesondere nach der zweiten Dosis, sowie eine vorübergehende Verschlechterung der Endothelfunktion nach 24 Stunden, die nach 48 Stunden wieder auf den Ausgangswert zurückkehrt. Diese Ergebnisse bestätigen die kurzfristige kardiovaskuläre Sicherheit des Impfstoffs. Und es gibt inzwischen riesige Datenmengen. Diese Studie vom 29.01.2024 untersuchte, haltet euch fest, 99 Millionen Menschen auf Nebenwirkungen nach der Impfung. 99 Millionen. Das sind Zahlen, die man eigentlich sehr selten sieht. Seit der Erklärung der Covid-19-Pandemie durch die WHO am 11. März 2020 wurden weltweit mehr als 13,5 Milliarden Dosen von Covid-19-Impfstoffen verabreicht. Bis November 2023 hatten mindestens 70,5% der Weltbevölkerung mindestens eine Dosis eines Covid-19-Impfstoffs erhalten. In dieser Studie wurden die wichtigsten Nebenwirkungen, darunter neurologische, hämatologische und Herzkreislauferkrankungen und Daten von zehn Standorten in acht Ländern, einschließlich Europa, Nordamerika, Südamerika und Ozeanien, untersucht. Und es wurden mehr als 99 Millionen gegen SARS-CoV-2 geimpfte Personen untersucht. Das Risiko bis zu 42 Tage nach der Impfung war im Allgemeinen ähnlich dem Hintergrundrisiko für die Mehrheit der Ergebnisse. Jedoch wurden einige potenzielle Sicherheitssignale identifiziert. Potenzielle Sicherheitssignale für Guillain-Barré-Syndrom und Senusvenenthrombosen wurden nach der ersten Dosis von der Impfstoff von AstraZeneca basierend auf mehr als 12 Millionen verabreichten Dosen beobachtet. Die Geschichte kennen wir ja sehr gut. Das brauche ich euch nicht noch mal erklären. Darüber hinaus wurden signifikant höhere Risiken für Myocarditis nach der ersten, zweiten und dritten Dosis von Biontech-Impfstoff und Moderna-Impfstoff sowie Pericarditis nach der ersten und vierten Dosis von Moderna-Impfstoff und der dritten Dosis von AstraZeneca-Impfstoff im Risikozeitraum von 0 bis 42 Tagen beobachtet. Unsere Studie bestätigt die Befunde zuvor identifizierter, seltener Fälle von Myocarditis und Pericarditis nach den ersten und zweiten Dosen der mRNA-Impfstoffe. Eine große Kohortenstudie in vier nordischen Ländern ergab ein erhöhtes Risiko für Myocarditis bei jungen Männern im Alter von 16 bis 24 Jahren basierend auf vier bis sieben zusätzlichen Ereignisse in 28 Tagen pro 100.000 Geimpfter nach einer zweiten Dosis von Biontech-Impfstoff und zwischen 9 und 28 pro 100.000 Geimpfter nach einer zweiten Dosis von Moderna-Impfstoff. Auch jetzt, Jahre später, sind also die Nebenwirkungen bekannt, die wir schon relativ früh gesehen haben. Man darf auch nicht vergessen, dass eine Infektion durch SARS-CoV-2 häufiger zu Erzmuskelentzündungen führen kann. Es ist bedauerlich, dass dieses Problem auch nach einer Impfung vorkommen kann, aber wesentlich seltener als durch eine natürliche Infektion. Die Impfung ist von daher immer noch eine viel bessere Alternative. Es gibt also nichts Neues zu berichten, der große Skandal bleibt weiterhin aus. Ich kann aber das wichtigste Argument nicht genug wiederholen. Wenn Spike-Proteine sowas machen können, kann das auch das Virus. Das Virus kann sich sogar im Gegensatz zu Spike-Proteinen vermehren. Ich habe neulich das Gegenargument gehört, dass das so nicht stimmen würde, da die Impfung ja gespritzt wird und das Virus erst durch die Nase in den Körper eindringen muss und das würde einen Unterschied machen, irgendwie. Das stimmt aber nicht. Das Virus kommt überall hin. Es wurde in jedem Gewebe gefunden, vom Darm bis zum Gehirn. Covid ist kein Atemwegsinfekt, sondern eine systemische Infektion. Ich erkläre in den nächsten Videos noch hier, wie das funktioniert mit dem mRNA und der Zelle und dem Genom, auch mit den Injektionen, wie das funktioniert und ich erkläre noch ein bisschen mit den Spike-Proteinen und den Auto-Antikörpern, die da entstehen können. Das ist nämlich auch nochmal ganz spannend. Also bleibt dran, abonniert gerne diesen Kanal. Das ist einfach Medizin hier, die wir machen. So behandeln wir auch in unserer Praxis unsere Patienten mit einer ganz heiligen Medizin. Darauf wäre ich nicht stolz, der Herr. Ich bleibe aber auch dran. Es interessiert mich sehr, wie all das erklärt wird. Ein bisschen seltsam, dass man diese Erklärung in diesem Video nicht lieferte. Es scheint aber doch keine Priorität zu haben. Die meisten Selbstdenker wissen ja schon über alles Bescheid. Spikes und Auto-Antikörper und Mitterstandieren und Gedöns und so. Kurz zusammengefasst, einfach furchtbar. Dieser Mann soll Arzt sein. Na gut, warten wir mal ab. Vielleicht werde ich im nächsten Video doch überzeugt. Also lasst es euch gut schmecken. Wir sehen uns bald wieder.